Ja, die Volksbank Salzburg ist ein super Partner, wir haben die eigentlich schon seit es die Firma gibt und mit der ist super zusammenzuarbeiten, Anruf genügt, dann kommt entweder ein Mitarbeiter oder man kriegt sofort einen Termin drin. Bei Finanzierungen sehr unkompliziert, natürlich die gesetzlichen Auflagen muss man aber einhalten, das ist bei mir nicht so einfach und geht aber ruckzuck, auch bei Leasing-Vorzeigen, was ich habe, ich habe sechs Leihautos in der Firma, die bei mir kostenlos verliehen werden, natürlich muss man schauen, dass das Leasing hübsch nieder ist, weil man natürlich die Kosten niedergehalten muss von den Ersatzautos und Volksbank ist da ein zuverlässiger Partner.